Fügt einem Gegner schweren Lichtschaden zu. Ich würde das gerne sagen, wem... Ah, jetzt. Hat aber schon richtig reingehauen. Hm. Ja, ist schon mal weg. Ihn könnte ich jetzt wahrscheinlich komplett wegmachen, aber ich würde gerne noch ihn, dass er... Er wird nur eine Runde sein, ne? Eine Runde noch, ja, ja. Ja, und jetzt müssen wir ihn wegdashen. Das ist dieser andere Dude, ne? Das ist er hier, genau. Er ist raus. Unterbrechen. Eine Runde noch, das ist der andere Dude. Ich könnte jetzt erstmal hier... Ne, warte mal, ich... Ich mach, ähm... Bevor es dann stirbt, ist auch doof. Ja? Ja. Ja. Überbrochen. Ne, ich dachte, er ist weg. Oh nein. Das ist so übel. Jetzt kommt der andere Tlai. Was soll ich da machen? Jetzt kommt er und macht wieder Wumm. Damit ich tot. Alter, jetzt greift er an. Nein, tut er nicht. Jetzt kommt er. Macht sie tot. Junge. Ich brauch mehr von der Öleven. Dringend. Bitte spaw nicht den Ding auch schon wieder. Oh Gott. Ich geh gleich leveln, ey. Schulte dann auch jemand anderes und dann klatsche ich den erst um. Ähm. Er ist halt schon gelb, ne? Hi. Nee. Soll ich essen? Hm. Das ist halt die Sache. Ich hab wohl hier nichts mehr, ne? Ja. Oh, trifft alle, aber macht keinen Schaden. Ja. Das kannst du halt vergessen. Warte mal, ich teste es jetzt. Oh, lol. Das ist gut. Wie geht es? Es ist schon die Objektiv. Aber es ist gar nicht so verkehrt. Ja, mach wieder Fläche. Oh, oh. Oh, hat nicht funktioniert. Scheiße. Funktioniert nicht. Jetzt explodieren beide und dann bin ich eh tot. Ich kann darauf nur hoffen und dann, dass es die wegblockt. Ja. Nein, den einen hat es nicht erwischt. Oh, jetzt knallt's. Und jetzt greift er an, dann bin ich tot. Ich hol gleich noch jemand anderes, ey. Ich lass dann aber los und hol den anderen von der anderen Seite. Den Dieb. Mann, das ist das übel. What the fuck? Der ist ja richtig strong. Wie willst du das machen? Du hast auch nix, ne? Weil ich kann ja schnell reisen. Ein bisschen Geld habe ich. So ist es nicht. Ich könnte wahrscheinlich auch hier hin reisen, ne? Könnte nur erstmal ihn holen, ne? Geht das? Warte mal, geht das, dass ich jetzt einfach sagen kann, so... Gehen wir erstmal um in die Richtung. Ich kann nicht teleportieren. Wieso kann ich nicht... Wurde nicht gesagt, ich kann da hin schnell reisen? Kann ich das nicht in einer Höhle? Ich darf nicht aus der Stadt rausreisen. Ah, okay. So, wie komme ich da oben hin? Ah, hier. Lol. So ein blödes Mistvieh. Warte. Ah. Okay. Was? Ist das nicht so ein Ding? Okay, das ist auch nicht effektiv. Das Ding explodiert aber nicht, oder? Was ist da bitte effektiv gegen? Das ist effektiv dagegen. Kann ich das... Na, warte, ich will, ich will, ähm... Gucken. Der ist Stärke 3, okay. Das wäre vielleicht ganz nice. Ja. So ein Schneefuchs wäre noch geil. So ein Wolf wäre geil. Schneefuchs und Wolf. Was war das gerade? War das eine Ausrüstung? Zielettentuppe. Oh, das bringt sogar was. Guck mal, hier können wir... Fuchs der Beste. Bei der bessere Waffe könnten wir halt nochmal in Dings gucken gehen, ne, zur Not. Mein Geld haben wir gemacht. Gut, ich kann, Jungs. Ob die Fledermaus noch mal. Ob die stark ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil die ist nicht so stark. Stufe 2, Stärke, Stich. Hm, Schatten, Irrlicht. Hm. Okay. Ciao. Ah, ihr Fledermaus ist nicht gut. Ah, so ein Schneewolf wäre noch gut. Oder nochmal so ein Irrlicht, das ist ja die Frage, ne? Das Irrlicht ist da halt schon... Die Sache ist, wenn ich jetzt mich da raus, äh, da raus schnell reise zur Stadt, könnte ich wieder... Au, Doppel, Fledermaus. Könnte ich dann wieder hierher zurückreisen? Wahrscheinlich, oder? Okay, leider nicht, äh, effektiv. Naja. Trifft alles. Ciao. Wie oft das vorbei geht. Okay, ist schon ein bisschen lame, wie oft das vorbei geht, ey. Okay, die sind aber schon rot, also... Ist die Frage, wie viel ist... Also... Ich hab den Boss nur im gelben Bereich bekommen bis jetzt, ne? Ist halt die Frage, wie weit ist das unten? Ist so rot. Das ist schwer einzuschätzen. Ich könnte ja offscreenen und ein bisschen leveln, einfach. Jetzt würde ich es gerne mal mit dem neuen Ding probieren. Einmal probiere ich es noch. Dann mache ich nochmal Pause, esse vielleicht was und dann... Ähm... Wenn ich jetzt das nächste Game gehen. Heilung. Und Heilung. Nimm, 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 Inventar. Nee, hier. Da geht's. Das brauche ich unbedingt. Ja, sonst muss ich halt erstmal leveln hier. Wir haben jetzt ein, was Neues. Die Frage, ob das effektiv ist. Der ist halt... Der sieht echt cool aus, dieser Golem. Alter, der ist... Der wirkt schon echt ein bisschen heavy. Man muss gleich mal direkt probieren. Schatten, Irrlicht. Ist keine Schwäche, aber macht Schaden. Bis die rufen... Wolf. Ich brüche halt echt mehr davon. Meine Taktik hat auch nicht funktioniert, das ist halt schade. Wenn ich mich halt nur auf ihn fokuse, kriege ich den relativ schnell down. Soweit die Viecher ruft, kann ich mich nicht mehr auf ihn fokussen und kriege ihn halt nicht mehr down. Fäger, ich werde in den Griff. Aber das ist Zufall, was das macht, ne? Von beiden. Okay, das ist nice. Okay, der hat richtig reingehauen, gerade, dass er K.O. war. Ja, das ist... Ist er jetzt schon... Welche Stufe ist er jetzt? Würde ich gerne wissen. Ich muss das gleich mal gucken. Er ist immer noch... Okay, er ist noch weiß, also... Aber ich kloppe den echt schnell runter. Jetzt geht er nur auf mich. Jetzt kommt die Nummer. Hat aber schon gut Schaden gemacht. Hier schmeiß ich auf, dass ich jetzt richtig reinhau. Bessie rufen. Fuchs-Wolf. Okay. Bam. Jetzt sie. Das bringt nichts. Dann hauen wir einfach hier... richtig rein. 344, okay, nice. Jetzt ruft er die Viecher. Nein. Hat er nicht. Er ist aber gelb. Heilt dieses kleine Schweinchen nur eins? Das sind halt wiederherstellende, wahrscheinlich nur von mir, ne? Ich heile mir noch ein bisschen gegen. Jetzt kommen die Viecher. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht die Viecher? Okay. Noch zweimal. Ich wünschte... Ich müsste mit dem Schwert ausrüsten. Das wäre halt nice. Hau ich einfach rein? Eivor die Viecher ruft. Ich hole einfach rein, bevor die Viecher rufen kann. Es funktioniert alles nicht. Bestie rufen. Lerika, kleines Licht. Jetzt kommen die Viecher. Ah, ich wusste es. Hm. Jetzt kann ich halt nicht mehr. Weil das würde alles treffen. Aber das bringt halt nichts, weil es gegen die nicht... Das hat er alles getroffen, ne? Mhm. Kloppt sie aber leider nicht weg. Ich kann mich, wenn die da sind, nicht heilen. Weil ich eigentlich eine Zielrunde dafür aufwenden müsste, die halt umzuklatschen. Er kommt zuerst. Soll ich mich vielleicht nur wirklich auf die jetzt fokussen? Ey, die sind sehr astrater, das ist unfair. Jetzt kommt er, jetzt haut er mir in rein. Oh, okay. Beide gebrochen. Jetzt können wir da richtig reinholzen. Ach. Okay, besiegt. Sehr schön. Der ist dran. Au. Oh, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, das ist jetzt das fucking Problem. Ich hab's befürchtet, dass er die Scheiße jetzt bringt. Wie steht er jetzt hier? Er ist immer noch weiß. Er muss halt sowas von weg eigentlich. Ich weiß nicht, ob er ihn da geht. Das ist es halt. Auf ihn. Okay. Das ist nicht seine Schwäche. Okay, er ist weg. Ich heile mich, glaube ich, jetzt erstmal. Nutze die zwei Nummern. Er kriegt diesen Angriff so oder so durch. Das kann ich nicht verhindern. Das ist aber okay. Oh. Immer wieder muss er die Scheiße rufen. Ich kann mich nicht auf ihn konzentrieren. Er will mir diese Grütze ruft. Ich hoffe, dass ich die beiden halt von der auftreffe. Okay, der eine ist... Ja, das ist okay. Der ist durch. Das macht er jetzt. Das ist ja die Frage, wen er angreift, ne? Das macht nicht genug Schaden. Das macht nicht viel Schaden. Drei Runden noch. Oder es geht auf beide. Okay, das ist natürlich geil, wenn das beide heilt. Ja, drei Runden noch. Okay. Hat aber Schaden gemacht, ohne sich. Bruch, aber ist nicht weg. Nein, der andere hat noch zwei Runden. Arsch. Das ist mein Schaden. Ist hier rufen. Okay, gegen ihn, das ist gut. Das ist gar nicht schlecht, dass es auf ihn ging. Eine Runde noch. Der andere... Ist das... Welcher war das jetzt? Okay, er ist weg. Ich hoffe, er war das mit der einen Runde. Oh, oh. Er war das mit der einen Runde. Au. Au. Nein. Krieg ich drei, krieg ich nicht hin. Dann nehme ich lieber eine Heiltraube, um die scheiß Angriff zu überleben. Jetzt macht er. Boom. Nachher ist er halt nochmal dran. Finde ich ein bisschen unfair. Warum ist er so oft doppelt dran? Ah, jetzt ruft der Dinger wieder, obwohl ich ihn jetzt geblocken könnte. Nein, er hat sich nicht gerufen. Er hat sich nicht gerufen. Er ist rot. Oh, das ist die beste Chance, die ich je hatte. Oh mein Gott, das ist die beste Chance, die ich je hatte. Oh mein Gott, ich habe ihn weggeflatscht. Verdient. Verdient. Schattenseelenstein, zwei Stück Krupp von... Oh, okay. Oh Gott. Nimm die Flamme, hast du dir verdient. Von Alfrek. Das Feuer, das er von den Sternen herabholte. Sie ist so wunderschön, so strahlend wie die funkelnden Sterne am Nachthimmel. Boah. Ophiia, du wurdest für würdig befunden, die heilige Flamme zu tragen. Strecke deine Hand aus und nimm Alfreks Lohe. Die Lohe, das muss sie sein. Okay. Das ist die heilige Laterne, die für den Entfachungsritus gebraucht wird. Alfreks Lohe. Liana, bitte vergeb mir. Warte mal, die hat ja gar nicht Bescheid gesagt, dass die das jetzt macht für sie. Oh, okay, das ist ein Problem. Oh, das wird ein Problem. Wie geht es deiner Exzellenz? Er schläft noch, aber es scheint ihm besser, jetzt besser zu gehen. Oh, oh. Wo bist du gewesen, Ophiia? Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Nein, Töchter. Oh, oh. Aber sie verstößt. Ich hoffe nicht. Eure Exzellenz. Zeigt mir, meine Mädchen, verzeiht mir, dass ich euch solche Sorgen bereite. Sieh mich nicht so traurig an, Liana. Ich werde schon bald... Ja, scheiße. Ich werde schon bald wieder gesund sein. Doch jetzt ist nicht die Zeit, um sich zu sorgen. Derritus. Sie erträgt es einfach nicht. Ja, oh Gott. Oh Gott. Ja, das könnte jetzt böse nach hinten losgehen. Exzellenz, ich muss mit euch sprechen. Was hast du denn, Ophiia? Ich möchte die Wallfahrt antreten und an Lianas Stelle den Entfahrungsritus vollziehen. Oh, oh. Ist das Alphix-Lohr? Ophiia, du. Ophiia. Oh, oh. Ja. Exzellenz. Bist dir darüber im Klaren, dass es eine schwere Sünde ist, die Höhle des Ursprungs unerlaubnis der Kirche zu betreten. Das ist das Einzige, wo man da gerade denkt. Nicht geht's dir gut. Du hast es überstanden. Krass. Ophiia. Aber warum? Liana. Bitte lass uns jetzt allein. Ich möchte mit Ophiia unter vier Augen reden. Oh Gott. Keine Sorge, ich werde deine Schwester nicht bestrafen. Niana. Aber es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen. Steh, Vater. Sei bitte noch nicht zu hart zu ihr. Okay, okay. Er will nicht schimpfen. Also hat er jedenfalls gesagt. Oh, oh. Zumindest scheint es, als hättest du deine unbedachte Reise ohne Schaden überstanden. War nicht easy. Deshalb habe ich eure Exzellenz. Ich gehe davon aus, dass du keine nennenswerten Vorbereitungen getroffen hast, trotz all deiner ruhigen Würde. Tut mir leid. Ach, Ophiia, ich hoffe nur, dass deine Güte nicht dein Untergang sein wird. Ach, Exzellenz. Du bist zur Höhle des Ursprungsgereis, damit Liana hier bei mir bleiben kann. Habe ich recht? Durchschaut. Ich werde dir in Pontifex darüber informieren, dass es eine Planänderung gab und dass du an Dianas Stelle den Entfachungsritus vollziehen wirst. Okay, sprich mit deiner Schwester und lerne in den Monaten, was du kannst. Es wird eine knappe Einführung werden, aber ich weiß, dass du das schaffst. Okay, gehört doch mehr dazu, als nur herzureißen und die Flamme hin und herzutragen. Schwierig. Deine Güte erfüllt alle um dich herum mit Wärme und Licht. Genau wie die heilige Flamme. Oh, das hat er schön gesagt. Okay, er ist nicht mal böse. Okay, ich mag ihn ein bisschen. Wenn ich dich aufnahm, hatte ich einen Traum. Oh? Ein Traum? Oh. Oh. Einen Traum von dir, wie du die heilige Flamme in die Welt trägst, rückblickend weiß ich jetzt, dass es ein Omen für die Zukunft war. Rihanna ist eine großartige Tochter. Mein Stolz und meine Freude. Als Tochter der Kirche hat sie mir ihrem Handeln meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Ich weiß aber, dass es ihr nicht leicht gefallen ist. Sie hat sehr viel von sich selbst aufgegeben, um zu werden, wie sie für die Kirche sein musste. Das ist mir schon klar. Ich habe es Rihanna noch nicht gesagt, aber ich fürchte nicht mehr lange, auf dieser Welt zu sein. Aber Eure Exzellenz, der Heiler haben doch gesagt, das war mittlerweile, dass es gelogen war. Ich bin sicher, meinen Körper besser zu kennen als andere. Ach, Eure Exzellenz. So kurz vorm Ende. Und er hat sich bedankt, dass sie ihm jetzt Vater genannt hat. Jetzt auch er haben können. Oh mein Gott. Dann bin ich ja weg. Pass auf. Pass auf. Pass auf dich auf. Ich finde, Vater sieht heute etwas besser aus, meinst du nicht? Er wünschte sich so sehr hier zu sein, dass wir ihn fast ans Bett binden mussten. Schön zu hören, dass er wieder mehr er selbst ist. Es ist so ein Monat quasi vergangen, oder wie? Ich muss mich bei dir entschuldigen. Okay. Wofür denn, Liana? Als ich erfuhr, dass du an meiner Stelle die Wallfahrt antreten würdest, nun, um die Wahl zu sagen, ich war erleichtert. Dick, danke, hierbleiben und mich um meinen Vater statt, um den Entfachungsritus kümmern zu können. Ich wusste, du würdest dich in große Gefahr begeben und dennoch war ich froh. Kannst du mir verzeihen, Ophelia? Was, jetzt ein Nein? Achso. Oh, bitte, ich bin diejenige, die dich entschuldigen muss. Ich habe kein Recht, hier zu sein, und doch bin ich es. Ich weiß, dass du mir damit nur helfen wolltest. Zu wissen, dass du den Ritus an meiner Stelle durchführst, macht mich glücklicher als alles andere. Das ist doch schön. Danke, Liana. Okay, mal als nächstes hin. Wo holen wir den nächsten ab? Ah, und so beginnt meine Reise nach Heiligenbrück und Goldstadt und schließlich wieder zurück nach Flammenhult. Goldstadt, das war die Unten, im Süden die. In jeder Stadt werde ich wie meine Vorgänger den Entfachungsritus vollziehen und die Flamme entfachen. Ich werde eine Weile weg sein, aber solltest du oder Vater mich jemals brauchen, dann lass mir das Futter mir schicken. Das wird irgendwann passieren, wenn er stirbt, wahrscheinlich. Danke, Ophelia. Mal sehen, wie mir Heiligenbrück im Flussland gefällt. Bis zu uns wiedersehen, liebe Schwester. Möge die Heilige Flamme deinen Weg erleuchten. Möge sich für immer wehren. Okay, das ist ihr Standardspruch, den sie schon eingestudiert hatten. Okay, jetzt haben wir den ersten Begleiter. Und so machte sich die Klerikerin auf eine Reise, die nie die ihre war. Sie musste den Entfachungsritus vollenden, der alle 20 Jahre durchgeführt wird, um zu ihrer geliebten Familie zurückkehren zu können. Wo wir diese unerwartete Reise sie hinführen, das wissen allein die Götter. Okay, wir haben eine Heilerin. Jetzt die Frage, zu wem gehen wir als nächstes? Okay, nice. So, wie sieht die Uhrzeit aus? Das passt. So, speichern. Zick. Zick.